Yo, auf wir die Sphäre, die wir schaffen, wir treten es ungewiss, du redest vom Kunstbusiness. Yo, yeah, erzähl mir mehr als Habgraf Zeit, gib mir noch etwas Raum, dann bin ich verkörperte Wirklichkeit. Krieg, Hass und Leid, Sterben für Kinder sind inbegriffen, das Schlechtste ist zum Fühlender, so wie Blitzenschriften. Gib mir eine Erde, eine Sonne und Stars, die Welt passiert und bedarf keines Kommentars. Im Bett rettet, werde ich ein Sonntagssinter und tanze mumifiziert in einer ägyptischen Stripper. King Kong und ein Tyrannosaurus Rex hatten Sex, ich schreibe Raps, mache Tracks, ich verletz kein Gesetz, sondern setz auf Korruption. Ersetz das Mikrofon durch ein Managers Schwanz, zeig der Industrie, was du kannst. Ich kann dir leider nicht erklären, was ich mache, geschweige denn, was ich während ich gesprochen habe, dachte. Alle sagen wegen deiner Tiefsinnigkeit vor, ich hör dir zu und entsorgen, so dein Woffel in mein Ohr. Weltflucht, Sex, jedes Unsinn und innerer Widersprüchlichkeit, das Recht nehmen wir uns raus. Ankommen werden wir nie, für wen wir es schaffen, wissen wir nicht. Was ist der Stuhl an sich? Es ist eine Folge von vier Wörtern. Es ist immer da, wenn wir davon sprechen und ich hoffe doch sehr, eines Tages darauf zu sitzen. Zu sitzen, zu sitzen.